Also hier haben wir wieder Podcast und da ist voll die Schweinereien im Studio. Christian ist auch gerade lecker. Schaut mal nicht so lange drauf, das ist nicht so nett. Aber er hat gerade nichts im Mund, da darf man auch mal filmen. Wenn der Herr Beck schon das Podcast macht, dann bringe ich auch ein Bier auf ihn. Rost, donky, donky. Und wer hat es geholt? Der Thomas. Das ist sehr, sehr stark. Der arbeitslos war. Deswegen haben wir auch ein Silbernes Saxophon neben Thomas gekriegt. Gold, das hatten wir keins, das hätte alle sich jetzt verdient. Das Podcast interessiert mich nicht, ich will Bierkasten, verstehst du? Aber voll die Schweinereien hier, so Süßchen und alles. Da muss ich aufpassen, dass ich meine Handy da nicht reinfinde. Lecker, 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 lecker. Das gibt es nur in China.